hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video leute und zwar soll es heute mal darum gehen warum ich in letzter zeit so ein bisschen wenig gestreamt habe leute keine reaktion nicht wundern wo ich hier gerade bin ich bin gerade einfach in so einer wörter habe ich mir mal eben schnell erstellt um das zu machen weil ich jetzt keine lust hat auf kiefer games zu gehen weil heute habe ich schon ein bisschen mehr gezockt und zwar das ding ist leute ich habe in letzter zeit nicht so viel zockt oder besser gesagt auch nicht viel privat auf kiefer games gespielt weil ich nicht so viel lust hatte ihr kennt das ja sicherlich habe ich jetzt ein ein zwei monate aktiv gespielt wird drei monate wirklich durchgesuchtet jeden tag gefühlt acht stunden unter der woche wenn ich schule hatte fünf stunden kennt man halt leute am standard aber darum sollte auch gar nicht gehen ich würde das nur mal ganz kurz als abschlusserklärung ganz kurz vorne dran abschlusserklärung man kennt ihn nicht wundern was ich da gerade hin baue leute das ist nur eine schimmatik von mir und zwar leute ist es nämlich so wir reden heute darüber dass es jetzt im moment ein contest gibt wo man das schönste weihnachtsplot bauen soll ich glaube bis 26 oder so und das kann man auf dem 1er merch bauen also auf dem 1er plot wartet mal leute ich muss mal eben schnell zurückfliegen bis ich das wieder finde ja wir bleiben einfach mal hier stehen leute nicht wundern ich baue da gerade hinten was will ich vielleicht später auf eine karte oder so bei kiefer games zu betragen und zwar ist dieser baukonto ist so aufgebaut dass man auf dem 1er plotter schönste weihnachtsplot braunse und denn kann man ein spawnplot seiner wahl gewinnen was mit einem grünen rand umzogen ist leute das sind erste reihe spawnplots die bis zu zehn millionen wert sein können kommt darauf an auf das city build city 2 sind so viele freileute und ich muss wirklich sagen ich sehe da so ein bisschen den nachteil für viele spieler weil viele spieler können nicht bauen oder können sind einfach schlecht im bilden haben nicht die ressourcen dazu und wenn denn jetzt so ein clan wie epm tde oder irgendein anderer große clan wie alpha daherkommt oder boostet die haben die materialien die haben das geld die wissen wie gebaut werden muss und manche davon haben schon eine menge bauerfahrung gesammelt weil die auch schon in bauteams waren leute die ganze lobbies gesandt designt haben für größere server auch schon und das ist nach meiner meinung ein bisschen unfair dieser contest nach mensch nach mir gehen würde ich würde diese platz einfach auf twitter instagram verlassen dass jeder eine chance hat ob jetzt normaler spieler oder ob supreme rang dass jeder die gleichen chancen hat aber so sehe ich generell alle ein bisschen ich sag mal benachteiligt weil das ding ist es ist ein bisschen beinhalt aufgestellt weil viele leute können sich diese material nicht leisten weil sie überhaupt schon genug damit zu tun haben ihr eigenes platz zu bauen ein 1er platz leute ja und jetzt müssen wir überlegen manche haben ja noch ihre 6er und 25er match was sie alleine bauen und dennoch so ein 1er weihnachtsplatz zu bauen ist ein deswegen nach meiner meinung sollte es anders verteilt werden dass man die spawnplot verlost und nicht dass man die an den schönst bebautesten raus gibt die ausrede war jetzt mal wieder dass angeblich dann wie soll man sagen die spawnplots die haben ja abgedeckt leute aber im endeffekt ist es dann halt so viele spieler werden die spawnplots kurzfristig bebauen sehr sehr schön vielleicht und werden die denn schön teuer weiterverkaufen am ende landet sowieso wieder alles bei den großen clans wie apple m und boosted weil die haben auch das geld um sowas abzukaufen finde ich auch gar nicht schlimm wenn man das geld dazu hat ist ja auch vollkommen okay man hat es sich selber erarbeitet aber was ich daran ein bisschen behindert finde nicht jeder hat die chance ein spawnplot zu gewinnen weil normaler spieler der keine ahnung hat von bauen der seit fünf tagen michael spielt wie so der ein hübsches weihnachtsgeld bauen leute frage ich euch könnt gerne mal dazu eure meinung unten in die kommentare schreiben dann würde ich sagen was ist auch schon mit diesem video ich werde morgen einen stream machen keine ahnung früh abends oder mittags und dann würde ich sagen bis dann